Was? Ich hab sie ja schon gesagt. Das wär's noch. Aber die kommen... Ich glaube nicht, dass die so zeitig kommen. Die kommen aus einem ganz anderen Zielort. Der Wahnsinn ist hier. Warte, ich packe da raus. Grüße, der Wahnsinn. Hallo. Wer fährt denn? Wer? Soll ich fahren? Mit meinem Auto? Oder wie? Weiß ich nicht. Wer fährt denn? Weiß ich nicht. Die Frau Duckling mit ihrem... Mit meinem Baby? Ja, mit ihrem Baby. Ein letztes Mal. Wie ein letztes Mal? Wir sind dann weg. Aufregend. Das versteht die Frau Duckling wieder nicht. Ich bin da. Ah, ne. Dass ich alle zu diesem Mal mit dem Baby fahre. Ne, wir? Ich glaube, wir können schon los. Also Flughafen war jetzt, ne? Ja. Ja. Alles klar. Dresden. Flughafen. Markiert jemand? Ne. Ja. Sie werden immer leiser. Ich höre sie auch nicht mehr. Ja, sie werden... Also würden sie weiter weg gehen? Ne, tatsächlich nicht. Ja, doch. Ich kann sie doch mal regeln. Aber ich habe nicht mehr geatmet und dann ist mir so viel rumgekommen. Ja. Das passiert einfach. Ja. Danke. Ich kann sie sehen. Richtig. Häh. Und deshalb muss ich auf die Pizze. Hier. So. die kommen später das habe ich dir gesagt ich meine die anderen die kommen auch später die beruhigen party wo seid ihr nicht hier seid ihr unten hallo ach so und wir haben euch gesucht wir dachten ihr seid unten haben wir jetzt auch bemerkt ich habe noch auflosen ist aber die musik die ganze gehörte und das wie wir darum gefahren sind ja ganz kurz gehört aber kann ich mal gleich für per kids kaufen bis gleich das ist ein shop wir kommen ja gar nicht rein oder nicht immer noch nicht der shop ist nur für einreisende so ja jetzt sind wir alle hier oder ja jetzt ist abschied nie es war wirklich schön ja das war's chaotisch aber lustig das stimmt also diesen herrn chaos ich werde ich nie vermissen ja ich schon da werdet ihr ganz schön viele arbeiter mit dem ich kann nirgendwo nicht mehr aufstehen 30 ne du musst halt einfach warten machen dauert das ja oder u-spalmen ne wenn du spammst dann machst du diesen und dann machst du das ist denn us-spalmen was ist denn us-spalmen ich habe halt keine geduld da fällt mir da fällt mir was ein das passt ja super die fahrt mir wird so was die fahrt mir wird so süd sei wieso ein bildschwein naja wunderbar wie so ein eber mein bronco ist halt wilde natur wie schnell geht denn der so 260 ah dann ist es genauso schnell wie mein motorrad deswegen habe ich sie umgenagelt ja der hat wen genagelt ich habe sie genagelt ja sie hast du genagelt an die straße die dress könnt ihr euch ausdenken da ist schon wieder viel zu viel und dann hat der Herr Haber mich wieder hoch holen dürfen ja ich habe sie ich habe ihr das kann man auch falsch verstehen naja das ist zu spät es sei auch an sich nicht sehr deutlich gemeint wunderbar zum glück haben wir es nicht gesehen was haben wir alle gelacht ha 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 ich glaube das ist der Zeitpunkt ja tschüssi tschüssi spricht uns die postkarte tschüssi 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 ja wir haben doch die idee die sonderberichtung hast du sie nicht mit hier ist meine zum blick habe ich immer eine kopie davon einstecken dass ich noch da bin ja ja wir müssen glaube ich dass die türen vielleicht kommen wir eines tages mal zum urlaub wieder wie bitte das ist wenn man hier ankommt ja und für uns ist es auch der abgang ist ja 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 bisher ja die in weit inィgungung tschüss tschüss ja So, so. Ja. Ich wollte den Flug nicht. Ja, dir auch. Danke. Was geht ihr, Pesa? Wow, was ist denn hier los? Was für Pesa? Was macht ihr hier? Ja, sie sind da. Hallo. Hallo. Ja, wir euch auch. Na, wie geht's dir? Ja, endlich wieder hier, würde ich sagen. Ich bin dann eh gleich wieder zurück. Okay, wo wart ihr überhaupt? Ja, auf Ibiza. Untergetaucht. Na, wegen dem Chaos. Ja, der ist aber noch immer hier. Aber wir haben doch Verstärkung hergeschickt. Ich weiß. Ich hoffe, die haben sich benommen. Was lachst du? Hallo? Was ist passiert? Nix. Wenn du so lachst. Oh, oh. Na ja, du, ihr hättet die mal, wenn sie weggelegt sind. Bitte, bitte. Ich drück' erstmal auch hier. Hallo, hallo. Ordentlich hier. Was ist denn deine Frise? Hey. Zeig' mal. Da. Ja, jetzt. Jetzt hat's klappt. Ja. Servus. Servus. Wo ist denn die Frau Yamaha? Die hört sich wieder hier rum. Ja, ich mach' die denn. Echt? Aber da steht ja. Ich glaube nicht. Mach' mal dann. So, was ist mit abgegangen ist? Ne, die beiden sind abgegangen wie Lucy. Wie? Der Herr Red Black King. Bitte, was? Bitte, was? Bitte, was? Mir dreht hier Ohren. Was? Red Black, wat? Der Yellow White. Was? Ja, ja, ja. Hatte ich mir auch. Yellow Green White. Yellow Green White. Ganz genau, der. Der war eben noch in so nem komischen grün leuchnen Motorradanzugang. Ach, du hast es nicht. Und wir haben noch ein bisschen rumgetanzt. Ja, also. Sind uns gegenseitig auf die, auf die Schuhe getreten und so. Verdammt, warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Naja, weil wir Party gemacht haben. Ja, jetzt DJ. Wie DJ? Ja, ich bin DJ. Warte, du bist DJ? Ja, Mann. Ja, dachte ich auch. Was ist denn da passiert? Ja, es ist viel passiert. Welche hast du gemacht? Naja, ich hab meine Ausbildung geändert. Geschmissen? Sagst du, dass das alles ist? Wird so geschmissen. Ich war ja nicht mehr in der Ausbildung. Als DJ gibt es keine Ausbildung, Frau Dackling. Deswegen, ich bin ja... Du kannst ja den Haber nicht alleine lassen. Mit der Yamaha. Yamaha. Was? Die bräuchte ein Motorrad. Das heißt genauso wie sie. Hat sie. Wie hat sie? Lass mich raten. Jaaa. Jaaa. Maaa. Haaa. Jaaa. Ich brech weg. Warte. Komm, sind wir da? Geht's hier los, oder was? Jaaa. Ich hab auch einen Lexus. Hier, guck mal. Jaa, alle haben die dicke Karte, oder was? Wie geht's eigentlich dem neuen PD? Gut. Das ist super. Sehr schön. War's soweit? War's soweit? Jaaa. War's? Ich hab heute schon einen Rundgang bekommen. Das sieht super aus. Naja, also das PD ist wunderschön. Aber? Da fehlen noch ein paar Schlösser. Wie? Ja, aber die meisten Schlösser... Die sollen doch eingebaut sein. Ja, da sind doch die meisten eingebaut. Nie alles! Lieferverzug und so. Oh, echt jetzt? Ja. Haben die Zellen wenigstens Schlösser? Ich glaub ja. Ja, wenigstens etwas. Drei von sechs, glaub ich. Wie, nur drei? Ich sprech sie zusammen. Ja. Wirklich? Ja, ja. Kann nicht sein. Also, ich hab hier ne Einladung für morgen irgendeiner Party. Ha. So, da kann ich noch drei festnehmen, oder wat? Ja, wir können doch jetzt das G-Welche stärken, oder funktioniert das auch noch nicht? Naja, das Ding ins Tor geht auf und zu. Das Ding ins Tor. Und bleibt auf. Also, alle mit dem Bus rein. Ganz genau. Und der Bus kann drin stehen bleiben. Was, wir haben einen Bus? Hä? Was für'n Bus? Äh, du glaubst ja eigentlich also vom Bus unternehmen. Ja, ganz genau. Das hört mir da gar nicht. Wunderbar. Ist beschlagener. Sie sind das Gesetz. Ja, das stimmt auch wieder. So, und sonst noch was Neues? Ja. Erzählen Sie doch mal. Was haben die gemacht? Der Herr Chaos macht noch immer Chaos. Was? Ne, das wundert mich irgendwie nicht. Ich glaube, der ist... Ich glaube, der kandidiert auch, ne? Wer ist das? Ich glaube, der kandidiert auch. Echt? Ja. Weiß ich noch nicht. Wer sind Ihre Security? Na ja, mein Club hatte ja noch ein bisschen Security. Ja, wer ist das? Ja, ja, der Herr King und der Herr Baby Blue. Was? King und Baby Blue? Wer ist Baby Blue? Wer ist Baby Blue? Ja, der Herr Baby Blue. Ja, der Herr Baby Blue. Wie, der Herr Blacky Security? Ja. Und wer soll das jetzt weiter machen? Ja, wer von mir ist es dann? Da können Sie ja, äh, ne Zweitdingens einlegen. Was verdienen wir denn? Was haben die alles gemacht? Ja, für Gutsch Geld. Ja, das fisch. Ja, ja. Halt auf, ey, machen wir fertig. Ne, 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 ihr macht uns, halt ich. Ne, ne, ihr wollt mir doch gerade hier das Geld aus den Taschen ziehen. Ja. Wir wollen nur wissen, was die beiden ausgeheitelt haben. Ja, mindestens 50k bei der Security, ne? 50. 50. Ne, das gibt's nicht. Natürlich. Das kann ich nicht. Sicherheit. Die können die haben. 50 Dollar können die haben? Ja, 50k. Zuhören, Herr Haber. Oder gehen Sie mal zum Ohrenarzt. Na, das nicht. Ne, das so. Auf die Stunde, Minute, Tag, Wochen, Monat. Am Tag könnt ihr gerne 50.000 bekommen. Ja, das haben sie nicht dazu gesagt. Tag, Monat, Stunde, Minute. Ja, ich weiß nicht, was hier alles gemacht worden ist. Bis sie gerade als Andi kommen. Jetzt heißt es, wir sind jetzt Sekidoti. Hä? Ja, ich hab noch nicht jemanden im Anzug. Hä? Aber du bist auch, du bist auch der Schiff und du da hau. Ja, und? Hast du uns schon mal irgendwas im Anzug gesehen? Nö. Merkst du was? Ihr seht bestimmt gut aus. Oh mein Gott, ich glaube nicht. Doch. Wieso mal sowas überhaupt herkriegen? Ja, das auch. Habt ihr das wenigstens mitbekommen in Ibiza, dass die Elze eine Party morgen feiert? Das feiert wir morgen eine Party? Ja, ich hab ja gesagt, ich hab hier eine Nachricht gekriegt. Vom, vom rasiert. Ja, hab ich doch, hab ich dir auf dem Herfu gesagt, morgen ist Party. Ja, hab ich gar nicht zugehört. Ja, wie immer, weil du wieder nur gepennt hast. Aber es ist gut. Hast du da wohl deine Kandidatschaft auf Ibiza ein bisschen ausge... Ausgearbeitet. Ja. Bist du nervös plötzlich? Ja, ein bisschen. Okay. Ja, hab ich dir doch geschickt, oder? Ja. Hast du das nicht gesehen? Natürlich, ich hab's doch gelesen. Ja. Ich hab' gesagt, ich will dich. Super. Ja, wie macht man das überhaupt? Ja, das ist die nächste Frage. Das weiß ich noch nicht. Ich will dich. Ich bin nur draufgestellt. Und so weiter. Ja, das ist geil. Wir müssen ja mich schon wieder auffallen, ne? Wir müssen jetzt noch eine Woche hier Urlaub machen, damit wir das ganze Geld wieder reinholen. wie sieht es denn eigentlich wie sieht es denn eigentlich bei unseren firmenkonten aus guck mal die sind wieder die einzigen die im dienst sind das ist das ist hier null weil ich muss mal gucken ja aber das ist schon wieder auf hatte sie das auch hier wie eine pizza da haben die botten smartwatch ist nicht funktioniert der schmidt ist dreimal umgefallen auf der liege kloppt aus ich weiß nicht wie er das macht ich bin nur runtergefallen das ist ein unterschied was das ist flug haben hier wenn ich ein Bier das zieht ja ich würde sagen ja super anstrengend ich muss auch hier ein bisschen für die party unser anzug der oder gleich so gleich noch ohne marke dass sie sich erkennen ja das sieht doch gut aus in unserem haus was ist das die grüße hier gerade hier unten also meinem eingang irgendwie geht es aber nicht weg was ist das jetzt hier das ist nicht von dir dankeschön ich hoffe der hat hier keine scheiße weitergebaut ich werde ihn erstmal zusammenscheißen dann will ich wieder munter bin security hat er neu gemacht drogenhandel oder weiß ich nicht das kam zu schnell die antwort du weißt zu viel herr schmitz wir müssen mal die verdachte ihn vorladen die müssen wir mal verhören der verhörer wurde noch nie benutzt was zwei männern oberkörper frei wollen jetzt verhören her und hören ja ja ich würde mich ja auch ich habe hier gehört so ist die frau jamaa bitte zu was ist das ja auch geschenkt gekriegt von der frau daten das muss ich ein erinnert hat das ist ein bisschen dauernd ich nehme die einfach mit falls sie noch nicht hier ist die einstelle ich gerade ein bisschen auswärts wenn die sagen können die bis dann vergessen oder zigaretten dass ich meine brille drauf so der black und white das auto abgestellt weil der black und white das auto abgestellt hat für uns jetzt die haben gesagt die stellen dass ihr davon ab oder ist aber nett ist das ein pronko der ist ja schick ich habe sie gefärbt die o gott sieht doch schick aus ich finde ich nicht ich finde sie so besser ich mag ja der schmiedser hast du es aber richtig mal daneben geschissen ich habe nur gesagt dass ich liebende besser fanden ja trotzdem daneben geschissen halleluja halleluja sagen jetzt gute nacht kannst du uns noch zum pd fahren natürlich das ist nett ich würde auch noch irgendwo hin von werden wir nicht gut weil wenn ich hier dem morgens aufsteht dann ist vielleicht kein ein wenig anhand auf jeden fall noch wohin und nicht mehr ich muss mir umziehen auch noch und sie sehen sie aus wie sie aussehen entstand ein paar die kreischen in der fahrt der fahrt der fahrt der fahrt die hände ich sie das ist ein klub er hat gelangt die siehe das ist ja das ist ja das ist ja das so die tipp ist aber nicht dass ein klub warst 8 mehr die hatten wir als es gehört er erhältet eine Woche nicht da Ja, das passiert viel. Warum hast du mir das nicht geschrieben? Naja, du weißt doch, das Handy war ein bisschen, ne? Das ist schon komisch. Ja. Ja, das glaube ich auch. Kommt jemand überhaupt ins BD rein? Nö. Ja, schön, das hat geklappt. Ja. Dann können sie wenigstens noch Ferkelein draußen ran machen. Das stimmt. Ich hoffe, das bleibt mal trotzdem sauber. Nein, er weiß es. Ich sag's mal lieber nicht so laut. So, dann gehen wir, fahren wir mal los. Der Jetlag oder Legchat, wie auch immer. Genau so geht's mir auch. Gute Nacht, ja. Ich fahr mal zum nächsten. Für euch geknudelt, ihr Süßmolz. Nacht, ihr zwei. Ciao. Nacht die Nacht. Aber leg sie sanft ab. Ja. Schau mal auf, die Bums hier. Ach ja, da bist du da mitten im Jahr hier. Mach auf, die Bums. Hat er zu jedem Taxifahrer gesagt, bitte mach den Bums auf. Haben sie das Portemonnaie ausgepackt. Gefällt mir, aber zu machen. Was ist das denn? Was ist das denn? Guck mal, die haben Fusch gemacht. Das ist doch kein Schloss drin. Warum habt ihr das zugenagelt? Naja, weil es gerade... Ich spreche zusammen. Das ist die Vorbereitung für die Songbeapokalypse. Wissen Sie, das geht einfach momentan nicht anders. Du mit dein Dusi. Ich dachte, das hätte sich mal gebessert. Hier kommt... Was ist da? Aber komm nicht rein. Ich kann ja mal hoffen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.